ich habe keine leiter dabei aber ich kann eine bauen ja dann macht das weil ich habe hier oben doch einen dunklen gang gefunden gerade eben wo ich dann gleich mit dem gröschen reingehen möchte ich baue eine leiter dann komm schon probleme auch übrigens ich habe hier was gold kam unten an oder wir gingen noch mal eine leiter ich habe schon überhaupt wir gehen hier auf die leiter wollen ja in die mittels und außen komplett alle felder voll mit außer der um in der mitte und unten in der mitte so das war es aber von hier kamen wir ja wir können ja ein bisschen erforschen aber übrigens eine spinnnetze mitnehmen so geht es natürlich auch wenn wir zu machen das sollten wir auch ein bisschen zu machen nicht dass da noch jemand auf die idee kommt hast du ja da rein zu laufen und dann sich da wieder zu laufen und so spinnverhalten ja die laber habe ich auch das gefällt mir nicht ja wofür hast du an die andere seite ohne leiter gemacht weil ich hier durch die höhe also ich habe hier doch mal eisen gefunden und ich mache hier mal waren wir ja schon mal auch nicht groß genug doch ach ja gut okay also hier geht es scheinbar hast du noch gut platz noch ein bisschen weiter ne sakas sakas ja nur eine sakas nicht nichts dramatisches so ein zigarettchen für dich klar lässt sich machen mein king ist radonhaft ey wo soll man muss schon mal ein trinkchen scheinbar nicht hier ach bitte nicht was ich glaube weil die neulagen schon wenn ich mir die pinken anzugucken ah du kommst hier stottern dann halt die fresse mal sie vielleicht haut es dich ja gleich raus ich habe das gefühl ja aber der pink ist auch nicht ganz viel besser ja es hängt allgemein ein bisschen auf die Tür also bei mir hängt es auch noch scheiße nicht wo wirst du jetzt Andy äh creation kannst du ja ja boah ich muss mal kurz DS2 starten das geht ja gar nicht user disconnected from your channel hierher uh jetzt stehst du immer noch vor mir hier hier lol sag doch leck waldi wieso leckt das keine ahnung also steilte aber okay eigentlich ja nicht user joined your channel das ist besser nein und creation schaust geflogen ich habe keinen setzten bekommen nicht dass windows am update fahren ist bei wem bei wem äh ich bei mir warum meinen sie deswegen bei mir ist halt nur das problem wenn ein Rechnerupdates fährt fahren alle Rechnerupdates ja das ist nämlich grad ein bisschen strange du hast schon grad was zu futtern ne du hast zu futtern klar ich habe auch die vollen Probleme ja wow hey so wir finden hier auf jeden fall immer wieder in regelmäßigen abständen sachen die wir doch nicht kennen das ist schon für jeden fall schon positiv da hinten ist eine Sackgasse da geht es links noch rum wo geht es links noch rum ja da hinten oh da kommen wir wieder dahin ja aber irgendwo hier in der nähe muss ein skelett sein ich war nämlich ein skelett die ganze zeit so also der server läuft super hast du das skelett auch ja könnte sein ja oder hier höre ich ganz gut so ach wir sind da ach okay das ist ja okay wo ihr seid wir sind gerade in der großen höhle von der bühne wir sind ach ihr seid ja wirklich scheiben auf einem gang den wir schon kennen laut der minimap müssen wir da mal lang da kommen wir dann in einen gang den wir nicht kennen hat die dame ein wenig wasser bei ne leise ne leider nicht so dann suche ich mir welches hier unten ich habe wasser aber auch noch ein zweites für eine unendliche wasserquelle Er schickt dir mein Stack Eisen da gelassen. Oh, da ist dein rotes Zeug. Danke. Da ist dein rotes Zeug. Ja, klar. Das Zeug nennt sich Redstone, ja. Und da ist viel. Oh, guck mal, hier ist Badrock. Badrock? Ja, hier, die Mine geht auf Badrock. Ich hab da jetzt vorhin auch noch Eisen gesehen, das kann ich auch mitnehmen. Und vor allem nicht in die Lava-Graft fallen. Achtung. Oh, Eisen. Ja, genau aus dem Komma hier an die Lava. Toll. Also bitte. Oh. Erschreck mich nicht so. Oh. Ich hoffe, die wollen leer. Ja, 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 ja. Es klingt nicht am Arsch. Warum? Ja, ja, es klingt nicht am Arsch. Achso. So, hier unten geht's auch noch weiter, oder? Ja, da war lauter. Ja. Da ist dieser Badrock. Ach. Das heißt auch, da... Ich bin kurz am Wasser vorbeigekommen. Ich... Ey, was seid ihr jetzt, oder? Da, wo wir hergekommen sind. Wo denn? Ja, da, wo du reingegraben hast. Da, wo ich reingegraben hab, ja. Gut. Das müsste... Äh... Ja, ich hab grad noch mal Kohle gefunden, ne? Das ist sehr wichtig für mich momentan, weil ich hab nur noch zwei Fackeln. Ja, ich hab auch nur noch 61. Ich hab auch nur noch 61. Wo seid ihr denn hin? Ja, da, wo wir hergekommen sind. Ja, wo denn? Ich find euch nicht. Ich bin zu blind. 60, komm. Ja, komm mal hier hoch. Da hoch war ich doch gerade. Ach ja. Ja. Wo ist denn dieses scheiß Skelett? Wo kann denn das sein? Warte mal, warte mal, warte mal. Wie bei uns oder unter uns? Äh... Nein. Aber scheinbar ist es eh grad am sterben. Ne, doch nicht. Scheinbar gibt es da drüben einen Gang. Der... Ich komm immer nie am Skelett. Ich hab ihn! Ich hab es, ich hab es, ich hab es! Ah! Jetzt hat's dich. Und das hat mich verlaufen. Mich hat hier auch. Läuft. Das, was du ja gefunden hast, kennen wir schon. Echt? Aber das ist ein Dope. Naja. Also laut der, äh... Ne, passt da. Was ist denn hin? Warte. Laut der Minimap kennen wir den Bereich schon, in dem du bist. Lauf. Okay. So, ich hab hier noch Kohle gefunden. Ach, du hast auch so einen Minimap. Hättest du mir nicht die spinnen lassen können. Ich hab vielleicht weniger Erfahrung als du. Das ist doch jetzt noch scheißegal. Boah. So, warte. Die Minimap. Guck mal. Was du? Spin Spawner. Und ich sterbe gerade. Ein Stück große Klappe haben und am Ende dann verrecken, oder was? Ich bin ja nicht verreckt. So, die... Fäden kannst du alle mitnehmen. Creation, hilf mir mal. Weil das sind einige Fäden. Ich stelle mal die Fackel hinter euch auf. Das sind wirklich ein ganzer Haufen Fäden, ey, oder? Und scheinbar ist da hinten noch mehr als... Wo ist denn das? Über uns. Wasser. Scheinbar ist da hinten. Untertitelung des ZDF, 2020